Mal Ente hacken rüber. Was war denn das jetzt grad? Du hast doch gesagt, ich soll rüberwerfen. Ja, aber doch, doch nicht so. Wie soll man da jetzt rüberkommen, hm? Hab ich noch Idee, ja? Hab ich im Fernsehen gesehen. Die Mauer muss weg! 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 Das glaub ich aber nicht. Die Mauer muss weg! Das ist eine Idee, oder? Das ist eine Idee, aber das ist ein Problem, hm?